Jule ist viel zu laut Kann gar nicht sein, Digga Ich hab die viel leiser gepasst Die Stimme der Frau ist in der Gesellschaft nicht zu laut Das weiß ich auch nicht, Digga Spast Ist auf jeden zugegangen und hat einzeln angeheult Geil Schade, dass sie nicht einfach nein gesagt haben So, ich brauche noch ein Kinder Bueno Oh mein Gott Alter, what the fuck Wer fehlt? Hört ihr mich? Ja Keine Ahnung Digga, ne, eins, willst du mich ficken? Sieben natürlich Kann es sein? Jawohl Lustiger, wer es für die neuen hätte Was für ein toller Tag für Monopoly Chat, seid ihr bereit zu sehen, wie sich Freunde gegenseitig so Fleisch Dann bleibt genau jetzt dran Geht schon los Jule wirft erstmal um Dafür kriegt man So Wie sagt man so Magical Power 20% Penetration Am Anfang hast du geguckt Einfach alles kaufen Was geht Kaufen, kaufen Mario Kart kann man leider nicht online spielen am PC Du brauchst das neue Mario Kart einfach Ich werde komplett eskaliert Wie kommt es weiter Wie man das nicht zusammen spielen kann, Digga Keine Ahnung, da müssen wir mal gucken Mario Kart Online wäre auf jeden Fall nice Das kannst du Achso, wenn ich auf Enter bleib, dann Würfelt der Meer Dann würfelst du stärker ab Ja, genau Mit dem Hund Was, ich bin auf einem Feld gelandet Digga, ich habe einfach kein Glück bei diesem Ja, Arnie, und für die Elgato brauche ich auch noch eine Switch Ja Achso, das gibt's nur auf Switch Das gibt's nicht auf PC, oder? Eigentlich nicht Weiter? Nicht, dass ich wüsste Irgendjemand muss hier noch Zug beenden machen Dino, du musst Enter drücken Wieso bin ich eigentlich loshaltig? Weil du das kannst Oh nein, Mann, ich darf erstmal 200 abdrücken So ein Spiel Fühl ich Fühl ich Mach noch eine 4 Mach nochmal Komm, gib mir noch eine, Alter Komm, gib mir Das ist echt so gut gewesen Kaufen, Alter Ah, fick mein Leben, Alter Was soll ich hier kaufen? Du musst bezahlen, Bruder Nichts mit kaufen Ich habe weniger Geld, aber ich habe nichts bekommen Ja Läuft doch gut Läuft doch Schön in den Frauenklassen Ist das ein Bahnhof? Der ist ein Bahnhof Oh nein Mann, Digga Die Bahnhof fehlen mir, Alter Mein Bahnhof Ich glaube, das ist jetzt mein Bahnhof Nein, das ist meine Die Nervöfe da einfach bei der 7 Wie wär's damit? Boah Dacht schon, Digga Ich finanziehe nicht dein Leben, Shim Ich will doch nur eine Straße kaufen Du kommst aus dem Gefängnisfrei, Bruder Das bringt mir nichts, Mann Na, das stimmt Frequent, Herr Bruder Ja, ich muss mich hier anschreiben Du gehst dahinter jetzt Gib mir was Gib mir irgendwas, Digga Bin ich auf dem Bahnhof Bin ich auf dem Bahnhof, Leute, fick ich dein Leben Du dummes Kackspiel, Alter Danke, Bro Das ist übelst nett von dir Kein Problem, Digga Schieb ich den dann Arsch Nein, ich brauche die Später, Leon Würfeln sie und sehen wir was die Züge Degga, Alter Weil, Shimmi hat heute Glück gegessen Heute läuft komplett Bedeutlich Also, ich würd's nicht kaufen Das lohnt sich nicht Das würd's, Alter Ich würd's auch nicht kaufen Jimmy, du hast richtig Minus gemacht, Geil Ja Ja, klar 202 An einer Stelle würd ich gar nicht würfeln Das ist total behindert Ich würd eigentlich aufgeben, wenn ich glaube Ja, bestimmt Ich würd's nicht kaufen, Digga Ich wör an die, Alter Wisch for Fun mach ich einfach noch Wischuldeneintreiber hier Oh oh Ab ins Gefängnis, nein, der kriegt die grüne Wow Was, was mit Schiermi los? Ich hab mir keine Ahnung, was mit diesen Schiermi los ist Ich würd's nicht kaufen, Digga Denk mal, Ace, der würfelt doch mal eine Sechse Das wär schon witzig Ich werfe bestimmt noch, werfe vor allem, ich werfe noch mal einen Pasch. Dann darfst du mich besuchen kommen. Bitte, Pasch, bitte. Pasch, 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 Pasch. Nein, Digga, die Sieben. Holt er sich noch einen Blaus? Nee, das sind Schulden, glaube ich. Ja, das sind Schulden. Ja, Digga. Gibt mal ein bisschen Geld, Alter. Oho, aber Schimmi ist low on budget. Drück doch meinen Tag. Ich hab doch gedrückt, du warst verstanden mit deinem Spiel, das lag. Wie lange willst du noch warten? Du kannst erst mal bezahlen, Bruder. Was muss ich bezahlen? Das rote. Ich fick mein Leben, Digga, Schimmi. Schimmi würfelt, kauft und jeder landet drauf, Digga. Das ist ja unglaublich. Komm, nimm mein Geld, du Hund. Danke, ist nett von dir. Ich hab nicht mehr viel Sport, Neues. Ich bin eine arme Kirschenmaus. Komm schon, ich will auf Geld bleiben. Willst du mich ficken? Lande ich jetzt auf Schimmi's Bahnhof? Nein. Den hat er doch gar nicht. Ach stimmt, den hat er noch. Das ist ein anderes. Den hab ich noch nicht. Ich würde es nicht kaufen, Digga. Wird ich nicht kaufen, Lino. Das hast du ein Minus gemacht. Das war nicht. Auszusehen geklickt. Das war gerade schon ein bisschen Minus. Du hast gerade Geld gezahlt, um das Haus zu kaufen, Digga. Ein Haus hab ich noch nicht gekauft, Bruder. Jetzt kommen eine 6. Die Straße, mein ich. Gib mir eine 5. 6, er hat mir 6 gekauft. Ich glaub mal, Lino, Digga. Ich fick mein Leben, du Kack. Mist, fucking, fuck Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich brauch noch mehr Kinder Bueno. Du brauchst bald Heroin, Alter. Ich muss bald selbst auf die Straße, Bruder. Dennis, ich komm nicht mal dazu, irgendwas zu kaufen, Alter. Ey, wenn man direkt auf loslandet, kriegt man einen Stopp, bitte? Nein. Das ist eine zusätzliche Regel, die haben wir nicht drin. Okay. Gibt's die hier drin? Bitte? Man kann nur eine Regel einstellen. Gibt die aber hier drin, die Regel? Ja. Die gibt es, ja. Jetzt gerade alles, was ihr an Steuern und zusätzlichen Dingen bezahlen musstet, landet jetzt auf dem Lostopf. Ja! Äh, auf dem Freipacken, meine ich. Digga, Schirmi läuft ja mal richtig. Schirmi, Digga. Wär für dich fix. Jetzt gleich wieder los, Digga. Ja, kauf, Digga, kauf. Du hast bald kein Geld mehr. Ja. Das ist richtig. Aber ich hab dich los, Ale. Du scheißegal. Wie stand Schirmi's Bitch auf der Street ist so. Schirmi, bezahlst du? Bezahlst du gut? Ja, klar. Das gehört Schirmi? Nein. Ah, nice. Digga, was hast du für ein Gedächtenschein? Ich löste, als ob ich mit zwei Tieren alles kaufen kann. Schirmi hat die ganze Map gekauft. Insta kauf. Kaufen. Kauf. Hätte ich nicht gemacht. Darf ich was kaufen. Darf ich was kaufen. Guck mal, jetzt hast du keine 1000 Dollar mehr. Das ist nicht gut. Sechs. Hat das jemand? Nein. Dürfte nicht. Gib die Scheiße her, Alter. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du eine Farbe hast und Zerseldi auch hat. Brauchst gar nicht mehr weiterspielen. Ja, äh, alte Vierer, neue Runde, oder? Du brauchst gar nicht mehr weiterspielen. Ja, starten wir neu, oder? Ja, ich denke schon. Ah, Jule, dich gibt's ja auch noch. Digga, ich hab was gegessen, was sie gibt. Danke. Was beschwerst du dich? Jetzt hast du schon zwei Straßen. Zwei Stück. Jule wird gefährlich. Oh, da hast du erst mal Steuern abdrücken, Bruder. Die 200 kannst du gleich wieder abdrücken, Don. Nice. Okay, Digga, ich muss auf dieses Feld kommen. Da sind jetzt locker 600 drin schon. Das ist mein Feld. Das ist auch so mein Feld. Das ist sowas von mein Feld. Du, ne 12? Glück gehabt. Ich will aber sehen, wie geil der da rumfährt, Digga. Wann, wie geil der da rumfährt. Wie geil. Auf, im Kopf. Oh. Eine 4? Bahnhof, wem gehört das? Nein. Es gehört doch schon jemand. Nein. Der andere. Ah, ja. Gönn mich mir mal. Männer drücken 6 Legenden drücken, Alter, der 4. Digga, muss ich zahlen? Ach, Fick, mein Leben, Alter. Easy, Alter. Bruder. Ich hab locker 500 abgedrückt, ohne irgendwas zu bekommen, Alter. Das stimmt. Klicke, Schmerz an. An seiner Stelle oder an meiner Stelle? Bankirrtum. Mhm. Hat der jetzt Geld? Jule hatte jetzt 200. Bankirrtum. Irgendwie haben die sich verrechnet. Digga, dir passiert sowas nie in der Welt. Digga, meine Bank hat sich noch nie verrechnet. Mhm. Ey, Dogs, wenn wir hier spielen, musst du einfach alles kaufen, worauf du landest. Weil keiner gönnt hier jemanden. Vor allem ist der sehr nett. Digga, dir gönne ich auf jeden Fall gar nichts. Ich weiß nicht, wieso, Digga. Obwohl, nein, Schirme gönne ich nichts, Digga. Das meiste muss ich als Schirme ablücken bis jetzt. Dein Problem? Ich verstehe jetzt das Problem hier gar nicht. Digga, mein Problem bist du. Oh, nein, Perfekt, Spaß. Naja, 10. 10 ist easy. Oh. Egal. Tschüss doch, Digga. Ich hätte sie nicht gekauft. Ja, ich auch nicht. Achso. Danke. Piss, Alter. Biss aus meinem Arsch. Warum so gefrondet? Ist das ein Bano? Digga, Schirme fühlt sich voll erhaben. Wir müssten ihn richtig auseinandernehmen. Ich würde ihn auf jeden Fall nehmen. Gib mir endlich mal was. Außer, dass er hat endlich was. Ich habe hier hochwürfelst du eigentlich. Wie, Digga. Sind beide blauen weg. 1,8. Der Sound laut genug eigentlich, Leute. Wegen Monopoly. Knapp dran vorbei. Das hätte mir gut getan. Schirme, du besitzt schon dieses Grundstück. 7. 7. Auf irgendeinem Blut. Oh nein. Geh in das Gefängnis. Oh, danke, Dino. Danke, Bruder. Danke, dass ich zum Vorstand gewählt wurde. Was für eine Ehre. Ja, wir dachten, du bist dafür. Normalerweise kriegt man doch Geld, wenn man gewählt wird. Digga, wie stellen die Leute ein? Muss man Geld zahlen, damit man was darf? Missgeburten halt. Was ist das, Digga? Du wirst deinem doch Vorstand. Zahle mal 5 Millionen. Zahle mal 5 Millionen. Flan dich auf blau. Fick mein Leben. Zahle, wenn du eine Million für Manager ist, Digga. Jetzt wirfel noch eine 3, bitte. Achso, das ist ganz Gefängnis. Das ist ein Bahnhof. Wem gehört das? Tick mein Leben. Ah, ich kriege ja nicht auch mal ein bisschen Dineros. Tick, Alter. Dinero. Dineros. Ich will kaufen, Digga. Ich will nicht Geld geben. Lieblingsfolge. Ey, ich habe so viele. Meine Lieblingsfolge ist die, wo Obattas vergewaltigt wird von dem Arzt, Digga. Meine absolute Lieblingsfolge. Und das mit den multiplen Persönlichkeiten, wo der auch zu dem Psychiater geht. Ja, mein Psychiater ist nice. Aber ich fahre ja auch die PC-Folgen. Die erste PC-Folge finde ich auch nice. Ja, ist auch nice. Wer hat das gemacht? Ich frech in die Beine. Oh, Orange hat noch hul. Hätte ich nicht gekauft. Hätte ich nicht gekauft. Hätte ich auch nicht gekauft. Jule rastet komplett aus gerade. Ihr habt hier übel Fokus auf mich. Ihr vergesst komplett Jule. Digga, du bist auf jeden Fall mein Feind. Mein gesamtes Geld steckt in deiner Bank, Digga. Ja, gib mir Geld, Digga. Ich habe schon drei Runden im Knast gesessen. Ja, macht ja nichts. Achso, das ist schön, wie der mir Geld gegeben hat. Dankeschön. Gerne. Nichts. Ich kriege Geld, Digga. Das ist ja mal erkrankt. Ich spende mich für die Almosen, damit ich gutes Karma sammle. Ja, danke. Egal, brauche ich. Kein Ding. Karma zählt in diesem Spiel. Nicht egal. Gib mir was Gutes, Blond. Du landest auf einem Feld, das ich gekauft habe. Stimmt. Achso, wie ist es auch nice. Oder wo Cartman das Betrügen beibringt. Das ist auch geil. Willkommen mich nur an diese Kinder ran. Willkommen mich an diese Kinder ran. Alles gut, Patrick. Aus der Reine. Okay, Patrick. Gute Nacht, Bro. Ich würde es nicht glauben. Langsam zu viele Straßen. Alles klar, Patrick. Schlaf gut. Bis dann. 1, 10. Bis dann, Patrick. Anni, kennst du die Folge, wo Mr. Mackie und Stan Messi süchtig sind? Also was heißt Messi süchtig? Das Wort gibt es nicht mal. Messi sind. Messi ist nicht. Stan, diese Milchtüte hochhielt, Digga. Leg das sofort wieder hin, sonst vergewaltige ich deine Fresse. Okay, ich vergewaltige deine Fresse. Ich vergewaltige deine Scheißfresse. Okay. Oh, ich lande auf Rot, ja, Bruder. Nimm mein Geld, Alter. Nimm mein Geld. Danke. Ich zahl schon seit packen vier Runden. Bruder, du hast eine Straße und einen Bahnhof, glaube ich. Yes. Da ist du mit dem Arm dran. Ich vergewaltige deine Scheißfresse. Ich gehe ins Gefängnis. Ja. Oh, Mann, Digga. Ciao, Jule. Nicht schon wieder. Was machst du denn immer? Was ist los mit dir? Ich bin eine Betrügerin. Ich bin mir nicht nur sicher, ich bin HIV-Positiv. Ja, Mann. Stimmt, da wo er kein HIV-Gepfeil hinausgelacht hat. Oh, shit. Und wem gebe ich jetzt Geld? Niemandem. Niemandem. Wo siehst du das schon? Ja, hin? Niemandem? Ah. Völlig komisch. Gibt es nicht auch die Regel, dass wenn man im Gefängnis ist, dass man kein Geld bekommt? Bei dem irgendwie nicht, das ist auch komisch. Eigentlich dachte ich schon. Weil das ist ja voll wieder auf den zu kasten. Aber vielleicht ist es auch wieder eine Kanaken-Regel, die erstellt wurde. Ich wollte gerade sagen, in den Originalregeln steht es nicht drin. Late-Game, Digga. Jeder könnte dich ficken, aber im Knast, Alter, kriegst du trotzdem dein Geld. Ich würde absichtlich ins Knast gehen. Ja, Mann, ich würde auch ins Knast gehen. Ins Knast. Easy. Chibi, du musst würfeln. Achso, entschuldigung. Würfel doch jetzt, Mann. Ja, ist okay. Ich hoffe, du musst 200 Strafe zahlen. Ja. Oh, doch musst du... Ja, Digga. Chibi. Das ist schon das dritte Mal. Ich muss auf dieses Feld kommen, Bruder. Ich brauche dieses Feld. Ich brauche dieses Geld. So viel Pech wie ich hatte noch keiner hier. Komm schon, Pasch, Bruder. Du Hund. Muss ich in den Knast? Nein. Nein. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Wo bin ich denn gerade? Ich pack das, oder? Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Okay, Digga. Du hast die Würfel besser ins Limit genommen. Fünf. Erstmal zahlen. Easy. Bruder. Bruder. Du bist so arme Mann, Alter. Gibt es überhaupt noch was zu kaufen? Jetzt mal ohne Witz. Ja, ja. Gibt es noch. Jan, noch nicht. Sehr geil, Jan. Sie müssen den Spieler bezahlen. Sie sind dran. Ja, Mann. Die werden geabt werden vor dem Bus, Alter. Ja. Ist das frei parken? Bekomme ich jetzt das Geld? Nein. Alter, schön mir. Ciao. Servus, Puma. Was geht? Servus. Ja, schade. Du musst jetzt ne 10 Blöcke sagen. Ach so, das nächste. Ach so, das nächste. Oder? Das sind 10, oder? Ja, ja, ja. Ja. Es gibt so viele gute Folgen. Ja, Mann. Wo der den so viel Abwehrmittel reinballert, dass Mr. Meki irgendwie durch den Gang nicht durchscheiß, Alter. Es gibt nur so zwei Folgen, die ich nicht gucken kann. Das ist die, wo Mr. Meki und Mr. Jock Sondag, Digga, anfangen darum zu machen, Digga, das ist mir zu eklig. Und die, wo die Ninja-Wurfsterne holen, Digga. Und das tut mir einfach zu leid in der Folge. Alter. Danke, Bruder. Tappo dem, Bruder. Ich finde auch alle Folgen mit dem Scheißhaufen kann ich mir nicht anschauen. Der geht mir auf den Tag. Mit, ähm... Der heißt der nochmal. Mr. Heki, genau. Ich kann ihn überhaupt nicht leiden, Alter. Tauli ist nice. Der Tauli ist nice. Was ist das hier, Jungs? Sie hat Geburtstag. Ich werde zum Vorstand gewählt, muss zahlen. Digga, freiwillig nehmen die dich halt nicht zum Vorstand. Ja, Carly, das ist einfach zu heftig. Dann geht sie zum Tierarzt, statt zum normalen Sagen. Ja, wir müssen ihn, glaube ich, abtreiben. Die wollen den einfach direkt umbringen, Alter. Oh, er ist abgehauen. Ja, dann muss ich ihm dieses Tier dran glauben. Wunder, Alter. Gib mir ein paar Stunden. Du Pissfressen. Wieso gibst du dir die auf YouTube, Anni? Dafür gibt es extra eine Seite. Alles kostenlos. So, wem gebe ich jetzt Geld? Komm, wer will Geld? Ich könnte schon ein bisschen gebrauchen. Würfel eine 3. Das ist keine 3. Bro, wer jetzt auf dem Gemeinschaftsfeld, äh, auf diesem Freiparken landet, bei ihm läuft auf jeden Fall. Ach, okay, Juli, du kriegst Geld. Nee, die noch. Ach so, okay. Digga, ich muss auch Freiparken. Oh, dreckig ein Fuffi, Alter. Fuffi, Digga. Da hast du dein Geburtstagsgeld. Danke. Ach so, du weißt die Szene, okay. Ja, das ist natürlich nice. Fick mein Leben. Ich brauchte eine 3, keine 11. Was ist das? Digga, kauf die nicht. Jetzt müsst ihr bieten. Und wie biete ich? Äh, mit, ja. Bietet ihr da gerade 1? Ja. Das ist mehr. Ach so, man kann auch 1 bieten. Ja, ja. Wie hart, wer Juli nicht gönnen will. Das ist so heftig. Das ist nicht Juli. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, der nicht gönnt. Das ist, das ist, der nicht gönnt. Du Hund. Gönn dir, Bruder. Kein Ding. Nimm mich gerne. Aber erst mal wieder die Jule im Verdacht haben. Ja, das ist halt. Ja klar, wen sonst? Oha. Ja, meine Jule kann gar nichts auf die Jule. Ja. Na, ist so gut wie gratis. Kostet 5 Euro. Nein. Ist die Frage, ob es immer noch 5 Euro kostet? Ja, das stimmt. Ich denke schon, 5, 6 Euro. Ah ja, stimmt, stimmt. Leute beschweren sich über 15 Euro bei, äh, fucking, äh, Rogue. Könntest du jemanden? Oh, Bruder, gib her, Alter. Nee. Hätte ich nicht gekauft. Nee, hätte ich auch nicht gekauft. Das ist absolut ein Minusgeschäft. Naja, Mann. Ja, Mann, die Folge ist auch nice. Prostkrebs. Oder wo Cartman den Midget zusammenschlägt. Geh nicht. Ab ins Gefängnis. Okay, zum dritten Mal. Also, Jule, irgendwie hat dich die Polizei auf dem Kieger, würde ich sagen. Oh, Mann. Ich denke, du solltest dein Verhalten irgendwie anpassen. Ja, ich glaube auch. Der Zug beginnt jetzt. Also, die Folge, wo dieses, äh, wo das Niveau richtig hart gesunken ist. Und dieser Spass, die da einfach im Meer mit seinem Boot da sinkt und das Niveau sucht. Jawohl, ich stirb mich. Oh, war auch noch ins Gefängnis, Alter. Schick, mein komplettes Leben. Hi. Da, wo du hingehst. Das geht ab. Und, warum sitzt du? Weil ich's kann. Ich dachte, ich gebe euch eine Chance. Okay, was brauch ich denn? Sieben, mehr. Okay, verdammt, das brauch ich nicht. Oh, meinst du, okay. Kauf das nicht. Okay. Mach's doch richtig so. Ich brauch eine Zwei. Komm schon, Digga. Keep, mir eine Zwei. Krieg ruhig, Digga. Niemals. Was ist denn mit Carsten los? Ach so, ihr könnt bezahlen und dann kommt ihr früher raus. Ja. Ja. Äh, ja, Dirtman, genau. Montagsmaler. Nennt sich das auch, oder? Glaube ich. Monetenrand, glaube ich, oder? Ja. Ah ja, kann auch sein. Easy. First try. Aber ich muss bezahlen. Gib mir mein Geld zurück. Ja, zwölf. Zwölf ist okay. Bitteschön. Kannst du erst mal 200 abdrücken, Bruder? Richtig. Ja. Ich fick mein Leben. Ich muss auf dieses Feld kommen. Ich muss auf dieses Feld kommen. Ich muss auf dieses Feld kommen. Ich muss auf dieses Feld kommen, Digga. Du bist noch weit davon entfernt, Bro. Anni, bei Scribble, da kommt immer zwei Wörter. Davon kannst du entscheiden, wenn du dran bist. Und dann musst du das halt zeichnen. Ne, finde ich schlecht. Knapp daneben ist auch vorbei. Leck mich. Digga, wenn du jetzt ne 5 würdest, ich... Ich muss auf dieses verfickte Feld kommen, Digga. Du rast komplett aus, wenn du ne 5 würdest. Ach, shit. Ist es ne 5? Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, Umut, nein. Ich glaub, die nächsten 12 Stunden werden... Ich brauch jetzt was? Ne 6, ja. Die würfel ich eh nicht. Am Arsch würfel ich ne 6. Ja. Maul, Digga. Genau, er hat es jetzt nicht kriegen. Ja. Oh mein Gott. Wie viel ist da jetzt drin? Über 1000. Nein. Du schickst, Mann. Richtig unverdient, Alter. Alter, ich bin so ein elender Hund. Er ist so. So ein Hund. Du wolltest gerade ein anderes Basiswort sagen, das hab ich gehört. Aber ich hab's nicht ausgesprochen. Es kam gar nicht, fast kam's raus. Es ist kein nötig. Ich bin so um 8.30 Uhr aufgestanden, hab nochmal gepennt und dann um 10 Uhr. Das heißt, er ist seit 8 Uhr wach. Äh, 8 Uhr morgens. Also ich bin um 3.25 Uhr aufgestanden und war um 6 Uhr im Bett. Also eigentlich halb 3 und bin um 6 Uhr im Bett. Irgendwie ist Hardcore unterwegs. Ja, ich bin wieder komplett das Opfer heute hier. Jetzt landest du drauf, Bruder. Ja, Digga, ich geb ja nicht genug Geld. Wie viel sind das? 5? 2. Bruder. Nimm, Bruder. Hier, nimm. Das ist ne Spezi, Alter. Gönn mir das. Nicht, nicht meine Spezies, Digga. Ne halbe. Glaubst du da einmal so den Deckel aufmachen und dran riechen. Ja, ständig ist vorgegangen, so eine Spezies. Ne kleine, aber. Ich bin mein Geld. Oh, das ist nicht meins, okay. Geldgieriger. Jetzt beruf ich ein 10 oder so. Ne, pass. Digga, überspringen halt erstmal das ganze Feld. Nein. Dann kaufen wir auch noch. Leck mich. Die hat... Nice. Hi, wie ist der Mann. Für Lust, sogar meine Lampe hat's grad nicht geblickt, Digga. Meine Lampe ist sogar abgeschöpft, gerade. Sieht das als Störung, wenn meine Lampe habt. Sogar, Leute, meine Lampe konnte es nicht mal fassen, Alter. Die ist gerade auch hops gegangen. Digga, schön gefickt. Er hat ein absolutes Monopol gerade gefühlt. Wie komme ich hier jetzt nochmal raus? Ich bin fertig. Ich fick mein Leben, Alter. Bro. Er würfelt auch noch mal. Oh, Mann. Welches Feld hat noch niemand? Und ich weiß gar nicht. Ich führe auch nicht. Die Kel... Die Kel... Die Kel... Die Kel... Die Kel... Die Kel... Ich dachte, ich auch gerade... Fick mein Leben. Ich glaube, ein... Gelbes und ein Bahnhof sind noch offen. Und... Oh, siehst du? Meins. Oh, da haben wir jetzt jeder eins von denen. Ich denke, ich habe viel, voll wenig, Mann. Uff. Alter, das Problem ist, dass Xiaomi diese kackgrüne Straße hat. Der basiert uns. Das war richtig schlack, dass ich jetzt die 12 und direkt da drauf... Das war einfach... Absolut. Ah, jetzt werde ich wieder eine 4 oder so. Mit dem Skill hat dieses Game nichts zu tun, Digga. Ist halt echt so. Ja, komm, er hat ja nicht genug Geld. Bitteschön. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass du innerhalb von 4 Runden Monopoly gewinnen kannst. Okay. Na ja, wenn du die wichtigsten Dinger triffst. Das ist schon heftig, 4 Runden, Digga. 4 Runden ist... Boah. Geben sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Bist du Dürmer? Wenn ich verliere, ist auf jeden Fall Lack. Oh, Dino, hast du ein Glück. Was für Zweiter, ich hätte Erster werden müssen. Ja, ich will keinen Fall, Bro. Oh, ne 10. Aber du bist über meine Straße hinweggekommen, Bro. Ja, Mann. Jawohl, Digga. Stabil. Okay, wie baue ich jetzt? Direkt. Da kostet ein Haus 30. Mit Shift. Mit Shift? Ja. Shift, ja. Shift einzelne Häuser und du musst nach links und rechts switchen. Ja, du musst immer wechseln. Erst die Straße, dann die nächste. Genau. Überleben, Digga. Holy Shit. Okay. Alter, Dino, yo. Raste halt komplett aus. Okay. Und jetzt Ende. Okay. Ich muss, ich muss, Anicsi, ich muss, sonst passiert nichts. Das war... Baba. Was ist das? Elektrizitätswerk. Wer hat das andere? Dino. Ich will... Ich will... ... ... ... ... ich bin am arsch wenn ich bei städte ich bin komplett raus julie wolltest noch kurz hochtreiben bruder ich bin einfach nur ein knall jetzt kann mich doch besuchen bei mir ist schön zuhause es wäre noch so ein einzig paar späts noch hallo ja moin ich hab mich vollkommen verzehrt ich bin ein juli heißt nicht hochgetrieben fraulein dann wäre das nicht passiert wovon redest du war das sehr sehr nein kann ich manchmal auch von oben die ansicht sehen ja leertaste okay aber du musst erst mal von oben weiß ich nicht doch wenn du dran bist drückst du leertaste dann ist der spielgerät-übersicht genau ah ok ja würfelt doch jetzt das hat echt zu weit bitteschön oh nein sehr gut sie müssen den spieler bezahlen bisschen kleingeld bisschen kleingeld lassen wir mal ich will doch nur in den knast zum besuch auf jeden fall bist du gut nehm ich gerne nehm ich gerne für 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 wenn jemand die diese hellblaue karte möchte ich würde die verkaufen ich würde die verkaufen ich würde die an euch verkaufen weil ich brauch die ja nicht für für wir noch ich war ich schaue ja was kostet die grundstücke verwalten konnte dass die elisenstraße das habe ich für die bezahlt du musst mit mir tauschen machen dann sehen wir wie viel die an wert hat kann ich hier handel machen jetzt tu mal die rein dann siehst du wie viel die wert ist das was wert ist gebe ich dir auf jeden fall ja ja dann gib mir das was die wert ist und dann alles cool was muss ich bei mir aber machen dann 100 vergisst du grad wer das ist der hat dich das letzte mal komplett gefickt der wollte gar nichts hergeben wie kommst du dir brauche ich würde ich würde was ist los mit dem drück mal auf shift oder störung eins von beiden oben rechts neben ah genau jetzt ich führe noch nie ab ich glaube es Tino jetzt aber ein bisschen mitleid alter ich habe genug geblutet oder ich bin der erbssicher Digger keiner hat gesagt kauf die Scheiße ich musste ich will da nicht drauf haben sie schon über den ausbau nachgedacht Oh Gott Alter wir sind am Arsch wir sind absolut am Arsch oh fuck alter okay da bin ich jetzt überall ich würd noch kaufen ein bisschen Geld zum Überleben ich bin sicher ja Jula hat das Rosane das braucht sie von mir aber thanki bro kein Ding Ah ich habe beides soll pauschen wir orange mit rosa sie hat doch zwei euro und ich habe einmal rosa ich habe dann komplett sie hat aber zwei orangen du hast ein orangen ist wenn sie ein orangenes für rosa gibt ich habe nicht beides geben so gibt es zweimal rosa genau das war jetzt falsch rum jetzt habe ich rosa und du hast orange irgendwie jetzt irgendwie ist es gerade falsch aber warte sie lehnt jetzt was möchten sie handeln okay du hast ja okay ich muss hier mir erstmal überleben kommt schon die lande bei mir oder jule brauche ein bisschen dineros hat auf jeden fall was mit dem gefängnis zu tun mhm mh mh was für abgezogen rosa bringt viel mehr geld ein als ich hab wieder geld schön mir das hätte sich nicht machen müssen Du kommst mich doch eh gleich zu Hause besuchen Ich fühl dich Oha, Dicker Ah, okay, immerhin So Bro, komm ich nicht einfach besuchen Mehr will ich doch Komm mich doch besuchen Oh, der ein Schwein Vielleicht zahlt er jetzt Ah Was ist das für eine lausige Dividende, Digga So ein Board, wieso habe ich nicht gebaut Das weiß man nicht Ja Gott, ich bin tot Warum, oh du landst bei Shimi Oh, Bruder Wie viel, 3,90? Komm, krieg ich jetzt Krieg ich jetzt, Digga Wenn du willst, kaufe ich dir die Hellblau, ne? Für 600 Nee, ich würde eins abkaufen Nein Okay Ah, du musst deine Hölzer verkaufen, Bro Ja Scheiß die Maus kein Faden Ich gebe dir ein gelbes ab, Dino Gelbes Ja, was willst du dafür haben, ist die Frage Das Minimum, das was wert ist Ja, das zahle ich Wisch das Hilfe Weißt du, da muss ich aber auf Handel, gell? Ja Was, das hat das für ein Wert? 200 Steht das nicht, was das für ein Wert? Achso, 260 Also Bruder 260 200 kann ich machen Nee, Digga, ich brauch das Ja, 230, aber mehr geht nicht, Digga Na, komm, okay Was ist das ja für ein Schwarzmarkt-Handel, Alter? Was ist mit euch? Letztes Angebot, 230 Letzter Preis Und eine Daume von meiner letzten Ex-Frau Eine Daume Okay, Bruder Schieb's dir den Arsch hier, ich fasse Wahre, danke dir, Bro Aber wir kommen jetzt nicht bei Dino noch drauf Ja, Mann, ja, Mann Jule, du kannst doch bauen Oder wirst du zuerst warten, bis du bei Schirmy raus bist Ja Das macht Sinn Na, Jan, kauf ich 400 Gems Boah, du glückst Komm doch bei mir drauf, Digga Jule Genau dazwischen 400 Gems Ich bin nicht mal so viel wert für Wie für ein Kamel Hallo? Kamel ist mehr wert als für eine Gems Ne, sag ich doch Lecker Nur weil ich nicht blond bin Ich kann nicht noch bauen Ja Baue ich, wie baue ich Echt? Du bewegst jetzt einfach Ja, genau Aber da kann ich nicht mehr bauen Doch, klar Warum nicht mehr? Du hast schon ein Hotel drauf Aber du, ein Hotel hast du, geht nicht mehr Ja, mehr als Hotel geht noch Ihr Zug beginnt jetzt Cool, wenn wir mal Einser passt Digga, der wurde umgeknischt Alter Chirmy, willst du mich nicht nochmal besuchen? So mit einer Ähm, mit einer 3 Ich jetzt Cesar meine ich Cesar Du kommst mich doch dann erstmal besuchen Jawohl, da bin ich auf jeden Fall weg Ich will dich nicht besuchen, Chirmy Ich will einen Bahnhof von mir haben Den Bahnhof? Mhm Habe ich überhaupt Bahnhof für Du hast bis jetzt einen, ja Und einer ist noch offen Ach so Äh, Cesar 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 hat einen Cesar 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 Yes, Sir Oh, Scheiße Oh, Goddammit Scheiße Oh, 200 Mehr Nee, 200 220 Okay, das geht Das geht Ist okay Ist okay Ist okay Gut, gut Und selbst Alles gut, Rampage Alles entspannt Wir Verbrügeln uns gerade gegenseitig in Monopoly Oh, Juli, jetzt hast Uff Das hat weh getan Wer ist das hier vor mir? Dino Nee, nee Das finde ich nicht Digga, komm schon Guck, check ganz kurz ab, was da so abgeht Und Pfff Du bist nüchtern, was ist mit dir los? Oh, nice Oh, Alter, rück auch noch bis vorn, Digga Oh, Bruder Easy Wie sieht's aus, Dino, möchtest du den Bahnhof haben? Bro, ich zahl nicht mehr als 100 Viel Glück Ich bin nochmal dran Ich bin nochmal dran Oh, stopp Digga, ein Bahnhof fehlt Kann das sein? Ja Ja Meiner ist noch offen Der letzte glaube ich Oh, ne 11 Welche Version von Rogue? Ähm, ich denk mal die Anfangsversion Die billigste so, oder? Wir haben die einfach so Ja, Ani Bis gleich Los Werte in Sie Ja, Rampage Jetzt spuck mal nicht so große Töne an Tja Mein kleiner C hat mehr Testosteron als du im ganzen Körper, Junge Schleiß mit dir Däunt Ja, Rampage, dann weißt du, was du jetzt holen musst Geh jetzt in deinem Schrank Hol die Spritze Hol das Hero Ja Dann wird's gut Cesar, du bist dran Äh, achso, ja Kann ich irgendwas machen? Äh, vergiss nicht noch ne Störung einzutragen Wurde ich schon Achso, wurde ich schon Ja Sechs Ist es mein Tod? Nein, okay Nein Ich kann ja nicht bauen Scheiße, Rampage Ui, Cesar, du gehst voll Risiko, ne? Ich geh auf jeden Fall Risiko, Digga Oh mein Gott, Bruder Bruder Ich geh sowas noch Risiko Also, schau mal, wenn du mir die hellblauen verkaufst, hast du vielleicht noch Geld zum Überleben Äh, Digga, eigentlich wollte ich die hellblaue von dir verkaufen Nein, die auch verkaufen halt Ja, gut, du hast halt sechs Ich warte mal, bis du wo landest Ja Natürlich sinkt dann halt auch der Preis, den ich dir zahle Yeah Hm Ich könnte Cesar, ey, schnell kommen Check mal ganz kurz ab, was da so geht Ja, ich glaube, ich check das wirklich ab Was? Hm, hm 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 Ich hoffe ihr Aufenthalt Oh Gott War genüsslich bei uns Oh mein Gott Ich wollte die hellblaue und eben Ich wollte die hellblaue und eben Hm Hm Können mich doch auch mal besuchen Bei mir ist auch schön Ja, ich werd auf jeden Fall mal vorbeischauen Also ich weiß nicht, also Braun ist günstig, Preis-Leistungs-Verhältnis passt, wenn ihr dort Urlaub macht, so ne Digga 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 Jetzt wird's eklig hier Jule sag Hallo, bitte Ich fühl mich so alleine durch Oh Nein, mach sie nicht Nein Ich hätte was gegen Ausländer Du sagst das so, als wäre ja das was neu ist Hmhm Ja, ich So Willst du nochmal vorbeischauen, war's okay, oder darf ich noch Ich komm gleich nochmal vorbei Okay Digga, Schimmi, wenn du nochmal vorbeikommst Nein Okay, komm Der Würfel hat auch keinen Bock mehr, Digga Der denkt sich so Willkommen zurück, Schocki 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 Nächsten Bahnhof Alter, fickt mein Leben Zu welchem Wem gehört das? Der ist noch frei Der ist frei, er leck mich Ja, aber Aber Ja, Digga Das bringt mir halt gar nichts Gönnt euch Mir bringt er nichts Ich kann ihn nicht kaufen Ich guck gerne dazu, wenn ihr euch gegenseitig Fickt Willkommen zurück, Schocki Der ist jetzt bloß bei 100 Ihr könnt ihn nicht für 100 verscherbeln Der ist ein Preis von 200 Was ist los mit euch? Digga, ich hab nur noch 260, Bruder Ich kann da nicht mitmachen Ja, bitte Sag mal Dir ja, du hast lieber selber geboten Ja, warum auch? Du hättest mal schön dein Schnauzen auf dein Blinkesitz Biete doch Du hast ja 18 Häuser gebaut Für einen auf Pool gemacht Weißt du ja, Pool, Tischtennis, Platz Easy peasy Und jetzt nicht mal für ein Bahnhof bieten Ich löse mit dir Äh, nein Nexa Dino hat keine zwei Jeder hat nur eine Das ist das letzte jetzt Also Dino hat danach mit dem zwei Jetzt könnte Dino das Runde werden Okay, jetzt ist gut Okay, jetzt ist gut Einige Ich jetzt Das ist jetzt hier ein Schwanzvergleich Aber geht ja gar nicht Ich stelle mich auf eine Auktion, Digga Und die bieten einen 1 Dollar mehr Ja Ja Jule Jetzt hat jeder ein Bahnhof Ja, ich kann doch irgendwo landen und Urlaub machen, weißt Schau doch mal vorbei, Digga Was mit dir Ja, schau erst bei Cesar vorbei und dann schau erst bei mir vorbei, Bro Okay Ach Gott, Alter Komm, Bro Besuch mich doch Ich schwöre nein Okay Abfuck Na 8 Ich weiß gar nicht, ob du jetzt sogar Glück hast Du hast sogar Glück, oder? Oho Hast du nicht Oho 93, komm, das krieg ich hin, Digga Das krieg ich so aus von denen Ja, du hast 18 Häuser gebaut, Bro Bevor du Häuser verkaufst, gib mir die hellblauen Äh, nein, die geb ich dir nicht Okay Sie haben getan, was getan gelten musste Reicht nicht, Bro Kim Kim, Kim, Kim Kim 21 fehlen dir noch Weiß aber nicht, nicht verkaufen 21? Hm Ich weiß, ob das der erste Mal dann Hey Danke, Bro Schön, dass du auch mal vorbeigestehst Du hast gestorben, Alter Danke, Eithox Ehre, Bruder Oh mein Gott, wo das klappt Uff, Alter Oh mein Gott Oh mein Gott Gib mir noch Geld, oder? Das hätte ich gefickt Alter Okay, komm, ne 3, Bruder Ja, ich kann hier Du hast dich gerettet, Bro Alter, das war nice gerade Du bist aus dem Nichts gekommen Das hat dich richtig gerettet Das hat dich richtig gerettet jetzt Das hat dich richtig gerettet jetzt Achso, verdammte Achso, verdammte Ich bin in der Hypothek drauf Hypo 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 Schimmi, sag mir bitte Hallo Alter, ich fühl mich voll alleine da Ja, ich versuch's Ach, schade, Bro Ach, schade, Bro Ne, warte mal, das kommt sogar drauf, oder? Weh doch nicht Glückwunsch Ich krieg mir da bloß nix Ach, fuck Sindös Plus minus nöt Wo bin ich? Okay, ähm, willst du vorbeischauen? Okay, nein, nein, ich will definitiv vorbeischauen Ja, Dino, schau doch mal Ich hab grad stabile Angebote, Alter Oh, zwei Ne, ja, guten Tabak Ne, guten Tabak Trinke, vorbist du Schlössalle Oh, oh Oh, oh Oh, oh Halt die Fresse, Digga Bro, willst du mich ficken? Digga, das Game hat Hass auf mich Das Game hat absolut Hass auf mich Nein, der Tabak war einfach zu gut Eder, alter Der war einfach RIP und hat sich wieder zurückgebrochen Digger, ich weine schon raus. Alter. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch von Herzen. Fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch.